Was an Reihen- oder Parallelschaltung oder Mischschaltung so besonders sein soll, ich weiß es nicht. Ich meine, meine Schüler, die wissen es auch nicht. Das ist gar nicht so schlimm. Schaut mal hier. Man kann diese Schaltung hier auffassen als Parallelschaltung einer Lampe und zweier Lampen. Und die beiden, die fasst man zuerst zusammen. Aber wie das alles geht und dass es auch mit komplizierteren Schaltungen oder scheinbar komplizierteren Schaltungen geht, das macht man einfach. Das ist nicht so schlimm. Hier oben müssten die ganze Zeit schon irgendwelche Links erscheinen, die direkt dahin führen. Und ich rede jetzt die ganze Zeit deswegen nur, damit ihr zum Schluss dann hier die entsprechenden Links noch mal ein bisschen ausführlicher und alles in Ruhe seht. So, also ihr werdet es verstehen. Wenn es die anderen verstanden haben, warum ihr nicht? Das wird schön. Ich freue mich drauf, wenn ihr euch drüber gefreut habt. Ich wünsche viel Spaß beim Verstehen.